Was geht Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und Let's Rock! Also wenn ich auf jemanden auf dem Boot einen Schuh schmeiße geht das ganze Boot unter! Krass, was willst du noch mit Kanonekugeln wenn du Schuhe hast? Das ist so nice! Das ist doch gleich, ich kann zu Schala! Excuse me for a second. DUDE! You know what's crazy? You actually get... NO BITCHES! Yeah! You, you get... NO BITCHES! That's FACE! Ignition! No, what are you doing? What are you... NO! STOP! Jetzt geht's auch ab hier! Hä? Was war das jetzt? Also, Emulator ist ja an sich nicht illegal, also kann man nichts sagen. Ja, so rutsch ich auch immer aus, wenn ich vom Tasch... Ja, wenn du so springst... Wieso brennt denn das? Was ist das denn Steine? Er schwingt von da? Kracht wahrscheinlich auf dem Felsen? Und es brennt? Ja... Passiert mir auch schnell, wenn ich vom Tasch springe. Nett! Gleich explodiert... Das war ein F***ing lie! Oh! Okay, damit habe ich nicht gerechnet! ...legitimativ... ...mario 65 zu kommen. ...legetimativ... 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 ...haha... ...mario kommt mit so einem Gameboy-Impuls hat einfach eine Switch in der F***e. Gennt man... ...Viege... ...ohja... ...weegge... ...hahaha... ...but... ...why... Warum lacht er sich da? Oh, kaputt. Man kennt einfach so ein Big Mac Begriff, man kennt es ganz normal. 지금까지 bei den Art Mal latch er verändert. Time for Jurassic World, oder Blatt, muss man. Ja. That's so... Pepper. Boah, genau! Enter one Luigi, oder was? Ich glaube, so war das bei meiner Gamecube auch. Was hat das mit diesem Meme auf sich, Alter? Ich habe das nicht mal bei Soundbuck gecheckt. Da war das ja auch in der Trollstaffel. Da würde die Koffer alle aufgehen und plötzlich steht er da und singt. Was hat das auf sich? Oh oh! Also das ist mal ein geiles Mario Kart Spiel, das will ich auch! Fahne! Why don't you be Mario's ass? Yeah! Ha ha ha! Heute brennt wieder mal alles, einfach nur! Was ist das für ein Yoshi, Alter? Was ist das? Barney als Yoshi, oder? Hieß der Barney? Als Yoshi, oder was? WTF? Sit! 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 I want a Wii at Nintendo! Ja, ich meine, wenn es verdient hat... Push it by anyone! Mega! Yes! Oh, EA! Ja, so kann man das wirklich machen! Hm? What? Wow! Was denn? I wonder what Mario is up to on this perfectly normal day. He he boy. Der haut sich doch bestimmt selber weg! Oh no! Ohoho! Nun kommt gleich ein ganzes Fluchzeug! Flugzeit! Löfment! Was denn so ein kleiner Hammer holt die Herzens! Flugzeit vom Himmel! Atashiga intadaitakoa nee What is it? doch... wohin! nickname hello Mit der Schere im Kühlschrank! Oh oh! Oh oh! Aua, Aua, Aua! Dammit! Oh, die Suppe bleibt drin! Mario, what do you mean? I know you're into the modification stuff, but did you have to put a flashlight in there? I thought it was your link! Ja, da tu ich meine Taschenlampe auch positionieren! You have Terminal 7! Penis! Cancer! Was, die haben in der Sieben-Penis-Grebs! Dem for Mario? No! F*** you! Oh yeah, W for Luigi! What?! Hm? Äh... Yesss! Wahahah! WHAH! 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 How much do you charge? Neutral special, he wields a gun. His up special fires a gun. His side special invokes gun. WHAH! 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 Special gun! WHAH! 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 Medien Attеч des partners الطäden aus der wilder schöner rushing WHAH! Ucht! WHAH! I I WHAH! No WARUM HAU getting to?! U ein Denkspiel war ich immer gut! laughing laughing this isn't funny laughing laughing oh oh jetzt ist es komplett up what is this shut up you're like the 26 million person to type this Mario, das ist ein ganz schöner Akro. Lecker. Genau. Alter, war das krank, Mann. Das war ja besser als die letzte Folge. Oh, scheiße, geil. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.